Hallo zusammen, hier ist wieder der Eutelabend, heute bin ich da für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute schauen wir uns die Änderungen vom Pre-Event an und zwar hat Blizzard jetzt die letzten Tage einige Änderungen an ihrem Event vorgenommen und ja, blöderweise natürlich nachdem ich meine Videos dazu gemacht habe, deswegen hier jetzt noch so eine kleine Zusammenfassung, wie das Event aktuell ist. Kann natürlich sein, dass sie in einer Stunde oder morgen gleich schon wieder was ändern, aber ich hoffe, jetzt sind wir endlich mal durch. Also, was hat sich geändert? Das Event findet immer noch in drei Gebieten statt, aber es ist jetzt schon in der ersten Woche so, dass es stündlich switcht. Also jede Stunde switcht es und zwar immer zur vollen Stunde, heißt das nächste Mal hier bei mir um 18 Uhr, dann um 19 Uhr und so weiter. Es ist jetzt so, dass wir das Event durchgehend spielen können, heißt, sobald das losgeht, haben wir hier diese verschiedenen Punkte, wo wir Aufgaben erfüllen müssen und jede dieser Aufgaben, wenn man sie erfüllt, verringern die Prozentzahl, die hier noch offen ist. Wenn die Prozentzahl auf 0 geht, spawnt der Boss, die Spots sind dieselben wie vorher und dann könnt ihr den Boss umhauen und kriegt euren Loot. Übrigens, der Loot von allem wurde erhöht. Ihr bekommt von der Währung, wenn ihr so ein Untergebiet quasi abschließt, bekommt er 200, vorher waren es 100 und für den Boss bekommt ihr jetzt 1400 pro Bosskill und nicht mehr 500 wie vorher. Also das wurde mehr als verdoppelt beim Boss und bei den Dingswurz genau verdoppelt. Es ist jetzt so, sobald der Boss dann getötet wurde, geht es wieder auf 100% und ihr könnt die Dinger wieder quasi alle runterspielen. Ihr müsst jetzt halt ein paar mehr als sechs Stück spielen und zwar, die Dinger bringen glaube ich unterschiedlich Prozent, aber die meisten sind so um die sechs Prozent, geht quasi hier vom, ähm, von dem Counter runter. Also ihr müsst schon ein paar von denen spielen, aber da sind ja alle Spieler aus der Zone, arbeiten da quasi zusammen. Genau, heißt ihr könnt innerhalb von einer Stunde den Boss x-mal töten, ihr könnt euch auch einladen lassen von anderen Servern und dementsprechend immer die Währung für den Bosskill kriegen, also die 1400. Was ebenfalls geändert worden ist, ist einmal die Tatsache, dass die, ähm, Quest hier, also die Weekly-Quest nun täglich ist, aber nur noch einmal pro Account absolviert werden kann. Also diese 3000, ähm, 3000 Erinnerungsüberreste, so heißt es, dass die nur noch quasi einmal pro Tag erwirtschaftet werden können auf eurem kompletten Battle.net-Account. Im Endeffekt, die Quest ist jetzt nicht mehr ganz so relevant, weil, wie gesagt, ihr kriegt für den Boss 1400 und ihr könnt dann auch ein bisschen hoppen und den immer wieder umhauen. Also ja, das mit der Quest ist blöd. Die hat davor auch nur 1500 gebracht und bringt jetzt halt 3000, also auch die wurde erhöht. Insgesamt, unterm Strich, kriegt ihr wesentlich mehr von den Erinnerungsüberresten und auch für den Ring könnt ihr dementsprechend, äh, das auch schneller zusammenfarmen, weil ihr ja vom Endboss am meisten kriegt. Auch die Ressource, die ihr für den Ring braucht, wurden ein bisschen angehoben, also nicht, was ihr braucht, um das umzuwandeln, das sind immer noch 20 pro Zone, sondern ihr könnt das Zeug jetzt auf 100 stacken. Vielleicht kennst du ja ein oder andere, man hat dann immer das Briefsymbol, weil das ganze Zeug dann nicht mehr ins Inventar gelangt, weil man schon das 20er Cap hat und dann müllt es halt immer und immer weiter den Postkasten zu. Deswegen hat Blizzard auch das erhöht. Zusätzlich, ähm, haben sie jetzt auch die Events noch ein bisschen geändert und zwar ist es so, dass es teilweise Bosse gab, die man umhauen musste. Die sind dann in ein paar Sekunden getötet worden. Bei anderen Events muss man Sachen sammeln oder viele Mobs umboxen, die dauern wesentlich länger. Und, ähm, dann haben die meisten Spieler, wie ich das auch gestern gemacht habe, halt immer möglichst diese Bosse-Events gemacht, um das Ganze ein bisschen schneller zu machen. Die Bosse haben jetzt mittlerweile ein bisschen mehr HP. Jetzt über die letzten zwei Tage hat Blizzard, glaube ich, sieben oder acht Hotfix rausgehauen für das Event. Das waren immer Einzelsachen. Deswegen dachte ich mir, komm, jetzt warte ich mal, bis das ganze Zeug durch ist, dass ich das hier alles mal komplett zusammenfassen kann. Manche von den Events sollen anscheinend auch ein bisschen entbuggt worden sein. Da hat auch noch einiges gesponnen. Was ich empfehlen kann, ist, ähm, halt immer die Events abzufliegen, mal so ein bisschen zu gucken, welches wie weit ist und, ähm, am besten die Bosse mitzunehmen. Die gehen immer noch am schnellsten, würde ich behaupten, auch wenn sie jetzt ein bisschen mehr Leben haben. Genau. Soviel dazu. Ähm, dann noch eine kleine Side-Information für die Leute, die T-Mog sammeln. Es gibt ja quasi für Max-Level ein episches Set, ne, das man sich quasi holen kann. Diese droppen ja sowohl, wenn ihr ein Event abschließt, als auch, ähm, können die bei dem Boss droppen. Also bei jedem Abschluss von dem Event kann so ein Item droppen, als auch von dem Boss. Heißt, die mitzunehmen macht auf jeden Fall Sinn. Ihr könnt die Teile aber auch alle hier kaufen. Zusätzlich gibt es aber auch noch, in Anführungszeichen, Hidden T-Mog. Und zwar, wenn ihr mit einem Low-Level-Char, also mit Stufe 10 könnt ihr hier teilnehmen, bis Stufe halt, ähm, ne, 69, ähm, 69 dann dementsprechend. Und da könnt ihr ebenfalls den Boss machen, als auch die Events. Und hier ist es tatsächlich so, dass ihr anderes Gear kriegt. Ihr kriegt blaues Gear. Das hat auch ein anderes Aussehen. Und das könnt ihr nicht beim Händler kaufen. Da müsst ihr die einzelnen Teile farmen. Ich habe das tatsächlich mit mehreren Accounts-Gästern gefarmt. Man kann das auch mit Test-Accounts tatsächlich machen. Also ihr könnt euch einen Test-Account holen auf eurem Battle.net-Account. Und dann Level-10er-Charts erstellen, die alle auf Follow hängen. Ähm, fliegen könnt ihr mittlerweile im Low-Level schon. Und dementsprechend hier dann die Events mit abgrasen. Theoretisch könnt ihr auch AFK über den Events, ähm, tüdeln quasi. Und kriegt dann trotzdem den Loot. Es ist nicht sonderlich häufig. Wenn ihr das ganze T-Mog-Zeug farmen wollt, dann würde ich euch echt empfehlen, das mit mehreren Test-Accounts zu machen, wenn ihr nicht, wie ich, mehrere richtige Accounts habt. Genau. Das sollte nur gesagt sein. Es gibt da, äh, für jede Rüstungsklasse quasi auch ein Set. Also ihr könnt da wirklich jeden Rüstungsslots haben. Es gibt Waffen. Auch, ähm, Ringe, Trinkets waren, glaube ich, auch dabei. Aber die sind fürs T-Mog relativ egal. Also ihr habt jeden Slot einmal für die Rüstungsklassen. Also vier verschiedene Sets. Und es ist so, es gibt immer eine Horde- und eine Ali-Variante. Ihr bekommt aber beide. Die heißen alle irgendwas mit Robust, ne? Also wenn ihr jetzt den Leder-Kopf kriegt, dann kriegt ihr den Leder-Ali-Kopf und den Horden-Kopf. Also ihr habt dann immer zwei T-Mogs. Und bei Waffen gibt es auch alle möglichen Slots. Also wenn ihr das farmen wollt, dann braucht ihr halt auch einen Parler, der ein Int-Einhandschwert kriegen kann, einen Schild. Ihr braucht einen Hexenmeister oder einen Magier, Priester für einen Zauberstab und so weiter. Also da gibt es halt alles Mögliche. Eine Kleve gibt es übrigens nicht. Ne? Also Demon Hunter könnt ihr euch sparen. Aber einen Rogue für einen Agi-Dolch zum Beispiel braucht ihr ebenfalls. Und einen Hunter für eine Schusswaffe. Genau. Soviel dazu. Das kommt die Tage aber auch noch in All the Things mit rein. Ich habe das gefarmt mit ATT Unsorted. ATT Unsorted. Da kann man die Sachen, die noch nicht sortiert wurden, nachschauen. Und da sind die Sachen unter... Lasst mich nicht lügen. Unter Rüstung drin. Und die heißen dann alle, was mit Robust und sind blau. Bei mir sind die jetzt alle raus, weil ich die gestern Hardcore gefarmt habe. Und die Waffen sind dann hier quasi unter Waffen drin. Also wenn ich das jetzt nochmal ein bisschen größer mache, ihr müsst ATT Unsorted eingeben. Also Slash ATT Unsorted im Chat. Dann kommt es. Und dann könnt ihr hier quasi unter Unsorted, The War Within, Waffen reingehen und Rüstungen. Wie gesagt, das sind halt alle Sachen, die noch nicht sortiert worden sind, im All the Things drin. Und dementsprechend sind da ein Haufen andere, gedöhnen sie auch noch mit dabei. Gut. Soviel dazu. Ich denke, die Tage wird das im richtigen All the Things, wenn ihr das Add-on benutzt, auch mit drin sein. Also wenn ihr ein paar Tage wartet und die neueste Version wahrscheinlich am Sonntag dann runterladet, sollte das eigentlich auch mit dabei sein. Juti, das war es soweit mit den Änderungen und mit dem Hidden T-Mock. Hat mich voll, dass ihr dabei wart. Falls die Tage noch was kommt oder ich was vergessen haben sollte, schreibt es gerne mit in den Kommentaren. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.